Nachdem ich zuletzt auf der Taiga unterwegs war und ein bisschen am Wolfsblut geschnüffelt habe, habe ich jetzt Bock auf weitere Wölfe. Und das auf Cuatro Colinas. Ab nach Spanien. Und wir gucken mal, was hier auf Spananien so läuft. Ich war noch gar nicht drauf. Ihr seht das Infovideo, also das Intro sozusagen. Es läuft gerade noch. Und ich bin super gespannt, was uns hier erwartet. Also noch nie drauf gewesen, jetzt mit dem aktuellen Jäger. Ich war natürlich schon vor Monaten hier. Oder vor Jahren. Und jetzt geht's los. Ich erwarte natürlich Wölfe, Rehe, Schweine. Und das mit den Ibexen und ähnliches, ja, kommt auch irgendwann noch dran. Und da landen wir. Perfekt. Jawohl. Und direkt hier in Deckung gehen. Beziehungsweise nicht ganz so doll. Direkt in die Hocke hier gehen. Leise sein. Und erstmal gucken, ob hier irgendwo was ist. Der Wind kommt aus Nordost. Und wir könnten erstmal hier hingehen und die Area auftun, oder? Ja, würde ich doch sagen. Genau. Also, legen wir los. Wir haben hier vorne auch schon direkt ein paar Spuren. Trotz allem leise sein. Alter, die Musik, ey. Denn ich nehme auch gerne hier sämtliche Rehe mit. Da habe ich mich schon drauf gefreut. Rehe. Die kann ich nämlich dann alle schön mit der Pistole schießen. Ich bin auch, glaube ich, ganz gut ausgerüstet. Und genau, mal eben alles hier aktualisieren. Die Kumo. Genau. Die Kumo habe ich noch eben hier mit der 243 Winchester. Und also mit der Munition. Also für Klasse 2 bis 6. Europäischer Mufflon auf der Flucht. Ja, jetzt werde ich ja wild. Europäischer Mufflon. Hätte ich ja gar nicht mit gerechnet. Das ist ja ein Ding. Fängt das direkt so an hier. Ja, aber cool. Kurze Unterbrechung. Nächste Woche ist schon Valentinstag. Also am 14. Februar. Von daher direkt mal gucken, was es hier bei Holzkern so schick es gibt. Uhren, Schmuck, Armbänder. Eine kleine Aufmerksamkeit für die Freundin. Oder mal was für die Mutti. Na, das ist ja wohl drin, oder? Also, Lieferzeit steht hier. Zwei bis fünf Werktage. Reicht also noch. Ein bisschen überlegen. Mal kurz gucken. Was hat die Freundin denn so im Schmuckkästchen? Was steht ihr denn? Was gefällt ihr denn? Was könnte denn gefallen? Oder was gefällt dir? Und dann 14% Rabattaktion sichern für zwei Artikel. Beziehungsweise noch besser 15% mit dem Code Feierabend. Der funktioniert immer noch. Deswegen nutzen wir doch einfach 15% Rabatt ab dem ersten Artikel. Das ist doch richtig gut. Und jetzt weitermachen. Sehr, sehr cool. Was haben wir denn hier? Reh, sehr alt. Ja, wie gesagt. Rehe, gerne. Wölfe. Klar, auch auf der Flucht. Aber da ist es. Da ist es. Ich muss langsamer oder leiser rumlaufen. Ich scheuche hier einfach alles auf. Ich stolper hier über die Felder. Kein Wunder. Ich bin ja immer noch nicht so richtig hochgeskillt. Also immer noch hier Stufe 17 jetzt mittlerweile. Aber mir fehlen eben noch essentielle Points da drin, dass ich einfach mich leiser bewege zum Beispiel. Tja, das ist natürlich auch ein bisschen tricky, ne? Und bei Fuß europäischer Mufflon. Hier sind die Spuren. Sind hier noch mehrere. Der Hund war's. Sind hier noch mehrere. Sehr alt auch schon. Ja, spannend. Sehr spannend auch. Nehme ich natürlich auch gerne mit. Aber wie gesagt, am liebsten, am liebsten etwas, womit ich eben auch gut die Pistole jetzt ein bisschen üben kann, trainieren kann, damit ich bessere Munition bekomme. Auch für die, na, wie heißt sie hier? Moradi heißt sie, genau. Dafür brauche ich die bessere Muni. So, gucken wir mal hier runter. Ja, moin. Das nächste Reh, sehr schön. 320 Meter entfernt. Das ist aber auch schon Strecke. Zweier leicht, männlich. Und da ist der nächste auf 200 Meter knapp. Kriegen wir das hin? Ich probiere es mal direkt aus mit der Pistole. Ne, kriegen wir doch nicht hin, oder? Ich kriege die auf 200 Meter. Hör doch mal auf. Ich habe ein bisschen... Ich habe ein bisschen drüber geämmt. Und ich hoffe, das klappt. Aber erstmal gehe ich hier den Berg hoch. Jawohl. Erster Anschuss. Setzen wir direkt hier hin die Markierung. Dann haben wir das auch gleich. Aber erstmal gehen wir hier in diesen Turm rein. Richtig, richtig cool, dass die auch sehr unterschiedlich sind. Immer wieder von Map zu Map. Und hier in Spanien eben diese Gemäuer abgefahren. So, ich glaube, der Hund bleibt so lange draußen. Wow. Ja, immer wieder richtig cool atmosphärisch, die Maps. Macht immer wieder Bock. Na gut, jetzt werde ich wahrscheinlich erstmal einiges hier verscheucht haben. Was haben wir denn hier? Oh. Ja. Das sieht auch gut aus. Das sieht auch richtig gut aus. Guck mal da. Next. Ja, das war ein bisschen meine Hoffnung. Tatsächlich. Mehr Rehe. Und dann natürlich auch gerne die seltenen Farben. Die seltenen Fellarten. Ich weiß noch, vom letzten Mal hatte ich hier wirklich, wirklich auch viele Rehe geschossen. Da gab es manche Felder, wo dann wirklich drei, vier Rehe immer mal wieder rumliefen, die man regelmäßig dann auch abfarmen konnte. Also, ich bin super gespannt drauf, wie das hier abgeht. Und gerade eben auch mit der Rehjagd. Nanu. Ja. Ah, okay. Jetzt haben wir hier die Häuser noch. Die sind in der Richtung, ne? Ja. Und da haben wir aber auch wieder einen Reh. Guck, mittendrin. Ach, guck mal, auf 200, das kriegen wir doch auch. Das nehmen wir uns doch. Bleibt doch mal stehen, Algen. Das kriegen wir doch noch hin. Muss bloß gucken, von dem Winkel von oben runter. Könnte ein bisschen tricky werden. Vielleicht bleibt es ja gleich stehen. Das wäre doch ganz cool. Ja. So, 150 ungefähr. Auch wieder männlich. Tipptopp. Ja, in dem Feld war gerade das Mufflon. Oh, Reload. Und ich kann nur auf 100 Meter, auf 50 oder auf 200 Meter. Das heißt, da müssen wir eben nochmal gucken. Na, wo ist es? Nein. Ach du Schande, wo ist es hin? Nicht dein Ernst. Ist es weg? Ach komm, da. Danke. Futtergebiet entdeckt. Na, das ist doch noch besser. Auf 160 Meter hier. So, das heißt, wir gehen auf 100 Meter, ziehen ein bisschen drüber. Und, ich wollte gerade sagen, es liegt. Ne, es hoppelt noch weiter. Ja. Na, ob das geht. Ob das mit der Munition passte hier. Das ist natürlich bei diesem Ballermann besonders schwierig. Ich denke, da geht die Kugel auch deutlich schneller nach unten. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich verschossen. Da kommt aber noch einer. Ja, ihr seid ja drauf hier. Ich sage doch, die Rehe hier, ne? Die Rehe hier. Einfach zu wild. Hat das gereicht? Und da scheppert in den Ohren, Alter. Der war doch jetzt auf 200 genullt. Lol. Hat ihn überhaupt nicht interessiert. Sag mal, schieß ich irgendwo gegen? Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Ich schieß doch irgendwo gegen. Hat das gerade Ping gemacht? War es das? Alter, die Hitboxen hier sind manchmal so wild, ne? Wir hatten das im Livestream gestern auch schon. Da hast du hier auf einmal, oder dann schießt man gegen Steine, oder man schießt gegen Bäume. Eigenartig. Ich sehe nichts. Doch. Doch. Hör doch mal auf hier. So. 200 Meter hier unten jetzt. Auf entspannt. 200 Meter ist genullt. Der muss aber jetzt sitzen. Von hier oben runter. Und? Es hat nicht mehr dieses Ping gemacht. Das ist ja verrückt. Jetzt werde ich ja gleich wild hier. Gleich gehe ich aber runter, und dann gehe ich da mal... Da gehe ich da aber gleich mal hin. Doch, umgekebt. Au, aber viel zu weit. Okay, wir fangen mal jetzt hier an, nach der wilden Rumpballerei. Erst mal hier drüben gucken. Und danach nochmal da rüber. Und wenn wir da waren, können wir auch direkt weiter zur Base. Dann haben wir hier zumindest die erste Base aufgedeckt. Das wäre doch was. So, jetzt gucken wir hier gerade nochmal eben in der Richtung. Wenn mich nicht alles täuscht, hatte ich, glaube ich, hier in der Area das erste Mal Wölfe auch auf der Spanien-Map. Ist aber, wie gesagt, schon ewig her. Aber, was schon mal gut ist, wenn ich hier hinlaufe, 213 Meter, also auf ziemlich genau 100 Meter Entfernung, da muss ich ein bisschen aufpassen, steht da direkt der nächste. Und den nehmen wir uns doch mit. Also, langsam nach unten und ranpirschen. So, ich bin nicht mehr weit entfernt von der eigentlichen Stelle. Das bedeutet, wir sind von dem nächsten Reh so ungefähr, naja, 140 Meter ungefähr noch entfernt. Sollte ungefähr passen. Das heißt, über diesem Kamm jetzt hier gleich einmal drüber gucken. Und ich glaube, ich lasse den Hund gleich erstmal runter. Also auf dem Boden. Da brunftet auch noch jemand. Hm. Ja, ich lasse den jetzt hier erstmal runter. Und dann gucken wir erstmal weiter, ob das eine hier liegt. und ich das nächste schon sehe. Also, da haben wir noch den Anschuss. Das ist gut. Der hat auch gut getroffen. Das ist schon mal sehr gut. Und jetzt ist die Frage, da ist das nächste. Markieren wir mal. Sehe ich es von hier aus schon. Ist es weiter gelaufen? Es gab mir gerade noch so einen Pfiff. Oh, guck mal da. Genau in der Richtung liegt es auch. Das ist natürlich praktisch. Da liegt das eine Reh. Und das zweite ist JWD. Gar nicht mehr da. Also, dann war es wahrscheinlich das andere, was hier gerade noch gerufen hat, weiter links von mir. Doch nicht, da ist es. Ando. Auf 70 Meter. Zack. 50 Meter genullt. Drüber aim. Und in der Richtung. Hase. Okay. Mann, 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 Mann. So. Cooles Ding. Jetzt sagen wir natürlich dem Hund erstmal Bescheid. Alden. Such mal hier schön. Dann freut er sich, wenn er was gefunden hat. Wenn er denn wiederkommt. Da hinten kommt er. Jawohl. Jawohl. Und dann kriegt er schön Skill-Punkte und freut sich über das eine Reh. Na, such mal Alden. Jawohl. Hat er gefunden. Und direkt. Jawohl. Neue Stufe. Siehst du. Sehr gut. Auch noch eine Runde loben. Jetzt ist er zufrieden. Tipp. Top. Also, Silberwertung von der Seite getroffen. Ja. Ja. Hätte fast noch das Herz treffen können. Aber passt auch ganz gut. Dunkel, grau, also normale Färbung. So. Jetzt geht es gleich direkt weiter hier zu dem, was hier vorne stand. EP. Jawohl. 200 und 50 weitere. Das ist halt wichtig. 50 weitere Points für den Ballermann. Oh, ich wollte gerade sagen. Geht schon wieder weiter. Alter, was ist hier los? Ich sag jetzt ja. Rehe hier auf der Map ist der absolute Burner. Hier sind so viele Rehe. ist der Burner. Komm, Alter, such mal. Da hinten war direkt das Nächste. Aber ein Weibchen. Könnte ich eigentlich lassen, ne? Ja, Weini. Tipptopp. Und jetzt Platz, Alter. Sehr schön. Trophäe bestätigen Goldwertung. Hervorragend. Guck mal. Sehr schön. Beide Lungen. Jawohl. Na, guck. Das war auf 73 Meter und ich hab auf 50. Also, da ist quasi die, ähm, tja, die Drop oder der Bullet Drop sozusagen gar nicht so wirklich doll, ne? Auf 50 genullt. Auf 73 Meter Entfernung stand der. Und ich hab relativ hoch hoch gehalten und auch so hoch dann quasi der Einschlag. Also, gar nicht so schlecht. Auch mitgenommen. So. Jetzt aber nochmal eben gucken. Wir haben jetzt die beiden hier und, äh, das dritte lasse ich tatsächlich. Jetzt geht's nochmal wieder hier in diese Richtung. Ja, wobei, das ist natürlich jetzt auch genau in den Mief, aber hier in der Area war natürlich jetzt nicht wirklich viel. Ähm, oder nehme ich das andere? Oder nehme ich das andere? Können auch erstmal die andere Hütte nehmen, ne? Aber jetzt liegt ja das Reh rum. Ich sammle das mal ein. Oh, wieder ein Mufflon. Also, die sind immer noch hier in den Feldern. Aber, ich muss ja erstmal das Reh hier einsammeln. Die Frage ist, wo ist es? Ungefähr Markierung, passte das? Ja, so ganz weit entfernt ist es nicht. Gucken wir mal irgendwo hier. Ja, die Spuren von dem Mufflon. Ah, und hier haben wir doch noch einen Anschuss. Perfekt, da hat der Hund auch eine Fährte. Und er schießt los. Sehr gut. Ja, das macht es natürlich einfacher hier, ne? Gerade in diesen großen Sonnenblumenfeldern. Tipptopp. Und es ist ja relativ weit gelaufen. Hatten wir gerade auch schon gesehen. Es hat doch ein bisschen länger gebraucht, bis es umgekippt ist. Ja, ich bin ja gleich da. Und danach geht es einfach direkt weiter. Da hinten zu den Posten. Immer noch leider mitten im Mief. Mitten im Wind. 50 Prozent. Oh, das war wirklich schlecht getroffen. Das war wirklich schlecht getroffen. Von oben war das runter. Oh, da bin ich aber auch gespannt. Guck mal, hier sogar an dem, das ist ganz cool. An dem Grünzeug dran. Ob das so sein soll? Oder ob das ein Bug war? Ja, ich bin nicht so schnell. Ich habe nur zwei Beine, Algen. So. Ich sehe ihn gar nicht. Mit der gelben Markierung. Im gelben Feld. Und da liegt es doch schon. Na guck. So, jetzt bin ich ja gespannt. Wie das hier. Oh, oh krass. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt mit einer Fleischwunde gerechnet oder so. Oh. Na gut. Na gut. Hätte Gold sein können. Schade. Hätte Gold sein können. Hätte, hätte. Also erstmal raus aus dem Feld. Man sieht ja gar nichts hier. Aber wichtig. Ich kriege weitere, ach, wenn es auch nur 23 sind, weitere Pistolen Points. Das ist halt wichtig, damit ich jetzt irgendwann bessere Muni mir kaufen kann. Die Mowadi, Moradi durchschlagsstärkere Munition. und damit wird es ja dann doch nochmal deutlich einfacher und angenehmer mit diesem Ballermann. Wobei der ja auch jetzt schon grandios ist. So, jetzt erstmal in Richtung der Base und vielleicht finden wir ja doch noch so ein Mufflun. Ne, aber ein Reh finden wir wieder. Zack, nächstes Gebiet. 180 Meter. Ich würde sagen, das nehme ich noch mit. noch besser, Männchen, 200 Meter, ne, 190, 180, auf 200 kann ich, oder? 190. Reload. Das ist auch mal schlimm, ne? so. Und nochmal kurz markieren. Also, wir sind auf 95 Meter. Sollte doch ganz gut passen hier. Auf 200. Oh, oh, oh. Luft nachholen. Und hat doch ganz gut getroffen auch. Und liegt auch direkt. Perfekt. So, dann nehmen wir die Spur auf. Dann hast du noch ein bisschen was zu tun. Ja, das weibliche Reh ist jetzt hier einfach weiter gerade ausgelaufen. Hätte ich jetzt eigentlich nochmal wieder schießen können. Aber, ich glaube, ich lasse die ganzen Einser. Die lassen wir einfach hier. Und die wertigen Goldwertungen. Jawollski. Sehr gut. Die nehmen wir natürlich mit. Jo. Das passt doch ganz gut hier. Magen und Lunge getroffen. Jau. Und jetzt geht's ab zur Base. Olivenbäume und Tempranillo und Weintrauben. So mogen wir das. So soll das doch sein hier. Schön in Spananien. Wildschwein Spuren habe ich auch schon gesehen. Das heißt also, da sind wir auch nicht mehr weit von entfernt. Demnächst hier Wildschweine zu jagen. Tipptopp. Ja, landschaftlich auch wieder richtig, richtig nice. Sehr cool gemacht die Map. Macht mega Bock. Und ja, wie gerade schon gesagt, hauptsächlich eben auch für die Rehe. Aber eben auch, zack, nächstes Reh. Aber eben auch für die Wölfe bin ich hier. Das heißt mit den Wölfen, da müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht im Livestream hinkriegen. Ringfasan. Auch nicht schlecht, aber die machen wir irgendwann später mal. Primär jetzt gerade hier Rehe, Schweine und Wölfe bei mir auf der Liste. Ich habe hier eine neue Base. Zack. Und damit machen wir erstmal Schicht hier im Schacht und machen dann beim nächsten Mal weiter hier im Livestream auf dieser Map. Und ansonsten natürlich auch noch mal immer wieder in den Videos. Je nachdem, was es so gibt. Gerne immer mal wieder auch mit verschiedenen Herausforderungen. Je nachdem, was alles so ansteht. Aber ich muss natürlich auch erstmal leveln. Und ich glaube hier gerade auf den Maps, wo es auch noch einige kleinere Tiere gibt, da ist es doch ganz sinnvoll, gut zu leveln und eben hier den Anfangsjäger ein bisschen zu pushen. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, gefällt mir und hilft mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Dienstags, Donnerstags und Sonntags immer ab 19 Uhr geht der Livestream los. Und an den ganzen anderen Tagen geht der Livestream auch um 19 Uhr immer los. Ab 19 Uhr auf YouTube und auf Twitch mit Russianfishing4 oder eben The Hunter Call of the Wild. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.